Hi, ich zeige euch wie ihr Battlefield 4 noch schnell vor dem Release spielen könnt und das einzige was ihr dafür machen müsst ist eine Hide.io VPN Verbindung einzurichten, entweder ihr nehmt einen kostenpflichtigen Premium Account wie ich es gemacht habe oder ihr hofft dass ihr bei einem Gratis Service reinkommt, auf jeden Fall nachdem ihr die Zugangsdaten erhalten habt geht ihr auf Netzwerk und Freigabe Center und richtet eine neue Verbindung ein mit dem Arbeitsplatz und gebt hier eure Hide.io ein, geht auf weiter und gebt dann dort eure Benutzerdaten ein, die ihr per E-Mail zugeschickt bekommen habt, danach startet ihr Origin und geht ins Origin, startet Battlefield, drückt auf spielen, damit kommt sie auf den Battlelog, dort joint ihr irgendeinen Server, es ist egal was und kommt in den Bildschirm wo einfach die ganze Zeit nur der Ladescreen ist, das ist egal, während das passiert, geht ihr wieder auf Netzwerk und Freigabe Center, Verbindung herstellen oder trennen und trennt die Verbindung zu eurem Hide.io Account und das ist dann egal und dann geht ihr wieder auf den Server drauf und das Spiel funktioniert, das wars, ihr solltet Origin nicht schließen, also kostenpflichtigen kaufen oder spammen bis die Finger wund sind, viel spaß euch. Musik 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 Vielen Dank.